zurück in der werkstatt liebe spindelmäher werkstatt rasen was auch immer freaks ich bin der rasenfreak auf youtube und ich freue mich dass ihr dabei seid heute wieder ein kurzes werkstattvideo zum zu den restarbeiten zu den letzten demontage arbeiten meines toro eflex der toro eflex greens master 2100 der toro eflex greens master ist ein profi spindelmäher für golfplatz grüns also für die ganz kurz geschnittenen flächen auf golfplätzen golfplatz grüns werden so zwischen naja ich sag mal zweieinhalb und vier fünf millimeter maximal geschnitten schnitt höhe in der regel so um die drei vier millimeter werden golfplatz grüns geschnitten ich will natürlich nicht so kurzes gras haben wäre auch noch mal eine idee für die nächsten jahre ja ein rasen zu einem golfplatz grün umzuwandeln ich will jetzt in toro eflex einmal komplett renovieren und dann die spindel umbauen der hat jetzt eine 14 messerspindel und ich will eine 8 messerspindel einbauen um höheres gras gut schneiden zu können ich will mein rasen meiner rasenfläche hier überwiegend so zwischen 12 und 16 mm schnitthöhe mähen das finde ich ganz cool ich mag diesen bürstenartigen haarschnitt habe ich schon oft gesagt ja und dazu muss ich die spindel umbauen und jetzt habe ich mir überlegt komm jetzt reißen wir alles auseinander und machen alle teile schön und neu die ganzen blechteile ganzen roten teile will ich neu lackieren mit ral 3001 signal rot das ist eine super super farbe die habe ich auch schon für meinen anderen toro für meinen greens master für meinen triplex profi mehr benutzt sieht gierig aus und die ganzen alle teile will ich dann auch noch sand strahlen und glasperlen strahlen dass sie wieder richtig schön glänzen da muss ich mal gucken wie eine firma hier in der gegend dafür finde sonst muss ich das halt selber machen ja ok also ich habe von meinem schwiegervater hier diesen mega alten schraubenschlüssel bekommen 50 und 46 und diesen schlüssel brauche ich für meinen walzen antrieb da ist noch eine mutter die muss ich noch lösen der geht jetzt nicht der geht der geht jetzt noch nicht ganz rauf auf die mutter ich muss jetzt sie noch ein bisschen raus schleifen normalerweise kostet so ein schlüssel locker 80 euro in der richtigen größe außerdem sind es alles zoll maße der die mutter ist 51 also aber egal jetzt können wir hier nacharbeiten mein schwiegervater mir geschenkt cool ja geht los viel spaß dabei ja wir haben hier also jetzt unsere walze die ist von innen noch total dreckig jetzt muss ich hier diese mutter lösen auch sie kalt und schule und jetzt muss ich ein ganz bisschen dieser schlüssel nicht viel von wegen muss ich gar nicht die vermessen er passt so ein ding jetzt muss ich diese schraube lösen jetzt sagt man muss man wie ich jetzt schaue lösen soll im schlag macht hier mal ein ganz bisschen sauber ganz ganz jetzt muss ich beim hammer auf hauen ich kann ich nicht gegen halten so yeah yeah oh hahaha tja das sieht nicht gut aus da ist Feuchtigkeit reingelaufen, es ist fest korridiert das sieht nicht gut aus boah kacke kacke tja und schon haben wir wieder ein Problem und zwar ein richtiges Problem der ist darauf gesteckt und festgerostet ja abbruch ja als nächstes zerlege ich dann dieses Teil und da schauen wir da mal rein dass wir es auch noch so an Unglaublichkeiten entdecken spannend ich finde es wahnsinnig spannend und ganz ehrlich ich habe es doch noch gar nicht gesagt ich schaue ehrlich gesagt auch nicht wirklich in die Betriebsanleitung so wenn ich ein Problem habe das ist eine Dichtung jetzt habe ich mich doch entschieden hier diese Welle raus zu hauen alles andere alles andere ging nicht da ist sie völlig verrostet das ist echt nicht weit und jetzt hoffe ich mal dass ich jetzt die auseinanderkriege das hoffe ich jetzt sehr dass sie jetzt auseinanderfällt na bitte na bitte na bitte oh made in Mexiko ok made in Mexiko made in Mexiko ja ok ist eigentlich ganz einfach das auch macht sich spiel hier oh shit shit ok so rausgefallen aus dem Lagersitz ja lieber Rasenfreaks ich habe zwei Problemen bei der Zelegung meines E-Flex Antriebes ja verursacht eins zeige ich euch mal das hier das ist die Kupplung zum Ein- und Auskuppeln der Spinde das ist so eine Kupplung die kann man hin und her schieben dann gibt es so einen Schieber und der schiebt immer die Kupplung rein und raus und auf dieser Kupplung läuft der Zahnriemen klar der Zahnriemen der Zahnriemen der muss diese Kupplung antreiben und mir ist leider das Teil runter gefallen da ist leider von der Seitenwand was rausgebrochen ja sowas ärgerliches ja das zweite Problem ist das ist aber jetzt nicht mein Fehler sondern das ist leider echt ein Drama ich habe ja hier diese Mutter gelöst und jetzt will ich im Grunde genommen nur diese Trommel diese Aluminium Trommel von der Welle runter ziehen das sieht man hier das sind hier die Aufnahmen für einen Keil und das Ganze ist aber total fest korridiert und das steckt also bestimmt das steckt bestimmt so auf so einer Länge in der Trommel drin und ich habe gestern nachdem der Akku ausgefallen war meine ersten Aluteile abgebürstet und das ist gar nicht so schlecht geworden das ist gar nicht so schlecht geworden ja aber erstmal schön die Hände schützen das ist echt ein cooles Zeug hier das ist zwar ein bisschen eklig beim Einreiben aber like me molly profi Handschutz unsichtbarer Handschutz das funktioniert recht gut also da hat man total ölige Finger und hinterher kann man das fast mit Wasser abspülen also das ist Wahnsinn ja das sind so die ersten die ersten Teile das ist das andere Teil das sieht schon gar nicht so schlecht aus ich will jetzt noch schnell die letzten Blechteile abbauen die Rohre und einen so einen Halter und dann kann ich endlich alle Teile und zwar heute zu meinem Pulverbeschichter bringen und dann werden die lackiert wir können nochmal den Unterschied uns angucken zwischen alt und neu ne also Freaks nochmal der Hund ach jetzt weiß ich was mir fehlt die Lampe ist nicht an das ist schon krass ne das ist schon cool ahahaha oh oh das hat alles kalt oh Heutzung ah 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 heute will ich noch die letzten blechteile von meinem meer abschrauben da hängt jetzt die elektronik dran aber ich möchte jetzt alle teile auf einmal zum beschichter bringen und dann werden die puller beschichtet rall 3001 so machen wir jetzt richtig ab gleich weg also das ist hier die schaleinheit wenn man hier den sicherungsbügel hochhebt dann kann man eine mega robuste konstruktion hier das ist echt der helle war man das so robust gemacht das ist wirklich wahnsinnig robust das finde ich unglaublich meine klar die dinger werden täglich benutzt täglich täglich stundenlang so wenn ich jetzt das richtig sehe gibt es hier vier schrauben da genau vorsichtig jetzt schrauben wir hier ist man die unteren schrauben ab ja gegenhalten ein halb zu groß diesen englischen zoll mal auch zu groß aller guten dinge sind drei passt dann kann man die ganze einheit nehmen das ist ja schön den bügel will ich auch mit lackieren lassen ich werde das auch ein bisschen ändern von der farbe würde jetzt den bügel auch mit rot lackieren das ist ja gut so zweite schrauben dann fällt er schon ab wenn ich richtig liege na vorsicht nicht so toll hier was soll das denn jetzt die woche ist er löst sich komplett er löst sich komplett er löst sich komplett man ist das kalt heiz doch mal ein bisschen mehr hier mit der neuen zack raus damit so und jetzt können wir diese einheit hier ha 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 feder raus cool jetzt löse ich hier erstmal vorsichtig die ganzen kabelbinder mal gucken da ist einer der den ganzen kabelstrang am träger hält genau da haben wir noch einen ich verstehe auch nicht so viel im bild hier da haben wir noch einen sehr gut jetzt ist das ganze locker hier was haben wir hier da ist auch noch was dran der muss ab zack und den müssen wir auch da runter schrauben ne das ist zu groß was ist das für einer ja gut gefühlt gut gefühlt das ist locker jetzt kann ich den hier abschrauben die nächste schrauben größe natürlich das haben wir jetzt hier nein das ist der jetzt hat sich verrückt hier jetzt löse ich hier den zack und der letzte und es geht nichts schief dann haben wir den ganzen kabelstrang runter sehr gut das heißt krass zack gelöst was ist denn das jetzt hier ach so das hängt jetzt gut das kann ich sogar lassen das hängt jetzt am am kunststoff dran was sind das für komische schrauben hier vierkant die alle lösen da muss ich aber gegen halten ach ich habe mich mir verletzt naja das ist noch mal vorsichtig vorsichtig ja und wir haben das teil cool oh hier die beiden schrauben sehr gut cool und das lieber rasenfreaks ist die kiste mit allen blechteilen die ich jetzt lackieren lassen will sieht gar nicht so schlimm aus aber aber das ist eine coole nummer ja lieber rasenfreaks damit habe ich jetzt alle blechteile alle teile die ich lackieren will abgebaut ausgebaut und eine große kiste gepackt und damit fahre ich jetzt zu meinem beschichter und lasse diese teile beschichtern das dauert zwei bis drei wochen in der zeit kann ich dann meine alu teile in ruhe aufarbeiten die ersatzteile bestellen wenn die teile vom lackieren wieder da sind dann wird wieder zusammengebaut hammer hammer cool ja vielen dank fürs zuschauen ich freue mich immer sehr über eure kommentare und wir sehen uns im nächsten schrauber video oder im nächsten rasen video wir werden sehen bis bald tschüss